Die Zwangsstörung gehört zu einer sogenannten Angsterkrankung und besteht darin, dass Menschen sich übermäßig häufig entweder die Hände waschen, Dinge kontrollieren, wie zum Beispiel ist die Haustür verschlossen, ist der Herd abgeschaltet oder auch sogenannte Zählzwänge. Zu einer Angsterkrankung gehört es, weil wenn man die Betroffenen fragt, warum tun sie das, die sagen, ich muss das tun, weil wenn ich es nicht tue, steigt eine innere Anspannung an, ich bekomme Ängste und in dem Moment, wo ich mir die Hände wasche oder kontrolliere oder so einen Zählzwang ausübe, geht die Anspannung deutlich runter.